hey willkommen zu einer neuen folge doom eternal und heute kommen wir auch ins letzte level und ich würde sagen wir machen es einfach mal weiter oder starten es mit dem letzten level ok da sind wir ok warte ich hole dir meine andere waffe raus alter alles nächste leben drin oh komm schon bitte ich will dieses extra leben haben aber wie komme ich da bitte rein ah hier wahrscheinlich ok dann hier nach oben gibt es hier sonst irgendwas ne sieht nicht so aus ok dann gehen wir nach oben ok das ist echt geil jetzt haben wir das extra leben ok dann hier hin direkt wieder im kampf ok warte plasmagewehr oh shit nicht die spinne nicht die spinne oh shit ich muss hier weg ich muss hier weg warte ich kann sie töten oh alter so jetzt können wir den hier auch töten ok da rennt noch ein revenant herum so zack wir haben ihn schon abgestochen ok ein bisschen sprit den können wir aber gar nicht mitnehmen ok dann kann ich das sehen das ist gut oh alter boah sind so viele hinter mir ok gesundheit nicht schlecht ist jetzt eigentlich gar nicht ziemlich gut oh shit nein so den haben wir boah war der alter der ist immer so ein großes problem weil er immer so schnell ist und viel schaden macht so den haben wir den könnten wir noch zersägen oh shit oh shit vielleicht soll ich irgendwas anderes einsetzen vielleicht die chaingun boah alter der ist immer noch im leben jetzt haben wir ihn aber boah das sind sogar zwei von den großen und noch so einer genau 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 warte rüstung schön auf die schwachstelle schießen kommt schon hol den also ich hab keine ahnung wie ich das machen soll oh das ist gesundheit das ist gesundheit boah shit der brennt ja sogar oh nein oh nein geht er hoch oh alter jetzt kommt die hier alle her oh shit ich muss hier weg oh ich sollte auf jeden Fall eine andere Waffe nehmen oh nein aber wir haben zum Glück noch ein extra Leben aber das würde ich jetzt halt auch sehr ungern verlieren oh nicht wieder so einer nein scheiße ah warte wir können schon töten okay das ist gut jetzt ist der eine schon mal weg und den großen haben wir auch schon mal ich glaub da ist aber noch einer von den großen oh nein also ich glaub mindestens einer von den großen rennt noch herum oder haben wir denn schon getötet ich bin mir jetzt nicht so sicher oh nicht wieder die Teile boah alter diese Schlangenteile da die mein ich kann der mal sterben bitte ah jetzt nein oh ich komm nicht hin nein 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 ja ja sehr gut alter scheiße ja das ist der Segen sehr gut ist auf jeden Fall eine gute Idee ah hier ist Energie fürs Schwert das ist richtig geil achso das stimmt das hab ich ja gar nicht hier oder soll ich das lieber sparen ich bin mir nicht so sicher aber wäre wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee nein scheiße geht er hoch so so jetzt fetzen wir die erstmal ab oh scheiße den haben wir schon mal zwei Leben glaub ich noch alter 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 ja sehr gut jetzt konnte ich leider kein glory kill machen oh oh alter nicht so einer bitte nicht dafür könnte ich das Schwert jetzt einsetzen oh geil wir haben sogar noch ähm ja also wir haben noch einen Energiebalken zack den haben wir schön schön lang getreten okay okay dann mal ein Plasma-Gewehr oh kein Doom-Hunter bitte nicht jetzt treff ich ihn wieder nicht nein oh shit das war jetzt eigentlich ziemlich unnötig den musst du auf jeden Fall zersägen ja nochmal geht's nicht scheiße ey verpiss dich muss der muss der da unten drauf schießen oh shit okay ich sollte mir da ein paar glory kids machen wenn das möglich ist ey komm schon ja sehr gut den haben wir okay der ist tot ah okay Munition und noch ein bisschen also noch ein paar Raketen komm schon glory kill scheiße komm stirb doch jetzt aber okay wir sind wieder so ein bisschen hochgeheilt den zersägen erstmal ich hab keinen Bock bis mir wieder die Munition ausgeht warte ich muss er da unten drauf schießen vergesse ich immer so den haben wir gleich so und wir können töten ist eigentlich gar nicht so schwer zu besiegen aber ja er hält halt doch sehr viel aus so Kopf abgeschnitten haben wir alle ne hier rennen noch ein paar herum also ich sehe noch den einen hier und da drüben ist auch noch einer so waren es jetzt alle ich hab das Gefühl irgendwie da ist noch einer naja so eine Rakete die kann ich gar nicht mitnehmen aber warte mal Tab ähm Anzug oh ich vollidiot ich kann hier irgendwas verbessern das ist ja auch das Ding ich hab immer diese Pretorenanzugspunkte erhalten ähm und ich hab nie gewusst wofür ich die einsetzen kann und hier kann man halt immer was verbessern mhm wir haben eh so viele eigentlich wie viele haben wir da war was 40 das sind doch die oder ich glaub schon ok ähm das nehmen wir mal bei mir jetzt richtig viele äh Dash fühlt sich schneller auf schnellere Waffen und Mod Wechsel ok 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 das hole ich alter wir können jetzt so viel holen und das ist ja schon das letzte Level also lohnt es sich jetzt eigentlich gar nicht mehr so aber ist egal mhm Dämonen bleiben länger eingefroren das hole ich auf jeden Fall ok was ist hier äh kürzere Abklingzeit nach dem Feuern ja ok holen wir auch mal wir haben jetzt immer noch 24 also ist es kein Problem ähm vorher zweimal ohne nachzuladen achso die Granaten ok holen wir das auch nochmal jetzt haben wir noch 19 ok Umgebung ich weiß nicht was ich jetzt noch holen soll und wenn wir das hier das verbraucht nur eins ok dann das hier ok Fässer hinterlassen jetzt etwas Munition wenn sie zerstört wird das holen wir auch mal ist jetzt auch nicht so schlecht Immun gegen Schaden durch Fass-Explosionen das holen wir auf jeden Fall ne wir haben jetzt eigentlich hier schon fast alles wenn wir das hier jetzt haben wir noch 5 dann noch das hier ok das sind zwei da hätte ich noch eins ich hole einfach hier irgendwas ja ok holen wir das hier ok das war's mehr können wir nicht holen alter wir haben jetzt so viel geholt und das jetzt alles im letzten Level zu machen ist jetzt auch nicht so wirklich sinnvoll aber naja scheiß drauf wo muss ich jetzt eigentlich hin warte wir schauen mal auf die Karte ok das ist ein extra Level oder also nicht ein extra Level ein extra Leben meine ich oder ich weiß es jetzt gar nicht ist auch egal ok ah hier geht's weiter ok so Automap holen wir jetzt natürlich ok ich höre das schon wie haben wir ein paar Dämonen warte hier kann ich da oben oder ah ne es geht gar nicht schade ah da liegt noch Munition kann ich aber hier auch gar nicht einsammeln dann warte das holen wir uns ok wir müssen wahrscheinlich dort rüber und warte kommt schon die Schwachstelle ja noch toll egal der warte ok der Raven ist tot ok warte mal irgendwelche Starken ok den schon mit dem Hedge hat weggeholt ok dann gehen wir mal rüber oh Alter wäre fast runtergefallen gut gehen wir mal hier rüber ok ist aber gar nichts na warte ich glaube wir müssen nach oben oder kann das sein na warte mal oh shit das wollte ich jetzt gar nicht warte ach so hier nach oben oder ah Alter ich bin so ich bin schon wieder so behindert da ist einfach ne Mauer naja egal ich hab's halt übersehen ok den haben wir auch so der ist auch tot dann gehen wir hier mal rüber und hier geht's auch nach oben oh shit ok ok die sind auch beide tot ah warte mal hier muss irgendwo ein extra Leben sein ich hoffe mal wir finden das ach so ich hab schon gedacht da geht's oben weiter kannst du ihn nicht aufhalten wird die Erde nicht überleben oh shit da fall ich durch oh man ey dann gehen wir wieder hier ach so da kann ich da oben klettern dann gehen wir vielleicht hier hin und dann warte ist hier das extra Leben ach so warte hä ach so hier war ich ja schon ach so da muss ich hin ok Alter ich muss jetzt da irgendwie nach oben oder aber ich will auf jeden Fall dieses extra Leben haben aber ich glaube nicht dass ich da irgendwie hinkomme ich muss jetzt dorthin ah komm schon wie komm ich da nach oben ja der komm ich doch niemals nach oben ja das muss doch irgendwo hier sein glaube ich ah da drin alter da muss man doch irgendwas zerschlagen können und dann irgendwo reinkommen oder ey komm schon bitte ich will das auf jeden Fall haben kann ich nicht kann ich nicht irgendwo die Wand kaputt machen und dann da reingehen das geht doch immer ja kaputt machen kann ich das ja auch nicht ey komm schon oh man ey ist doch so nah aber da warte da geht es irgendwo nach links vielleicht naja vielleicht irgendwo weiter unten hier vielleicht aaaah ok da geht es nach oben das ist geil hätte nicht gedacht dass ich das jetzt noch finde ja danke wir haben das extra Leben jetzt haben wir wieder zwei so dann gehen wir hier hin und dann schätze ich mal da hin oder warte warte oh shit nein alter wir sind drüben ok passt ok wir haben ihn ok da kommen die nächsten nicht wieder so eine spinne alter ok was hole ich raus ok jetzt bleiben die auch länger eingefroren und so habe ich ja alles gelevelt ok ok warte mit G kann man die doch wechseln ah ok ist er noch am Leben ne der ist tot ok ok oh nein nicht Pinky und tot geht ja auch richtig schnell ok ähm hier noch irgendwas da muss wieder irgendwo ein extra Leben sein ah warte mal kann ich irgendwas kaputt machen weil hinter der Wand hier müsste eigentlich ein extra Leben sein warte kann ich hier vielleicht nach unten ne das geht leider nicht ich komm schon da hinten muss das sein ah warte mal ah ok warte mal wie komm ich da jetzt bitte hin warte wir gehen mal hier hin ah ok und ich schätze mal wir müssen jetzt hier in den Lüftungsschacht rein und so kommen wir dann ja alter wie geil ok und hier müssen wir wahrscheinlich weiter warte ich geh mal hier hin bisschen Gesundheit und Munition aber was ist denn jetzt los ok Rüstung boah alter boah shit ok der ist eingefahren jetzt soll ich drauf fetzen oh er ist tot oder ok das ist geil warte mal aber Balliste was ich hätte doch noch gerade Munition oder nicht nein daneben oh wir haben ihn ok Leute ich würde sagen das ist es mit der Folge ich hoffe es hat sich gefallen bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.